Markus Aurelius Valerius Maximianus, genannt Herkulius, war vom 1. März 286 bis zum 1. Mai 305 zusammen mit Diokletian Kaiser des Römischen Reichs. Leben Maximian stammte aus einer armen Familie und war offenbar ungebildet. Er machte bis 285 Karriere in der Armee, als der neue Kaiser Diokletian, mit dem er bereits vorher bekannt war, ihn zum Cäsar machte. Diokletian übernahm die Herrschaft im Osten und wies Maximian die Regierung des Westteils zu. Dabei zeigte sich Maximian den Erwartungen durchaus gewachsen und führte in der Folgezeit Feldzüge in Gallien und in Afrika durch. 286 wurde Maximian von Diokletian zum Augustus erhoben, wenngleich Diokletian eine Vorrangstellung zukam. Im Jahr 293, als Diokletian die Tetrarchie einführte, wurde Maximians Schwiegersohn Konstantius sein Cäsar. Maximian konnte einige militärische Erfolge erzielen. Gegen die Allermannen und Burg unten am Rhein und gegen die Kappen an der Donaugrenze ging er erfolgreich vor. Im Rheingebiet unterwarf sich auch der fränkische Kleinkönig Genobau des 288-89-Stel den Römern, nachdem Maximian mehrmals den Rhein überschritten hatte. Karausius, der in Britannien rebellierte und sich selbst zum Kaiser erklärte, wurde von Konstantius besiegt. Am 1. Mai 305 traten Diokletian und Maximian zusammen zurück. Maximian war einigen Quellen zufolge von Diokletian dazu gedrängt worden, doch sind die genauen Hintergründe unklar. Womöglich hat Diokletian eine zeitlich begrenztes Kaisertum vorgeschwebt, zumindest war der Rücktritt offenbar systematisch von Diokletian vorbereitet worden, um die Ordnung der Tetrarchie sicherzustellen. Galerius und Konstantius Klorus wurden neue Kaiser, Severus und Maximinus daher neue Cäsaren. Als Konstantius im Folgejahr starb, griff Maximian wieder in die Reichspolitik ein. Sein Sohn Maxentius nahm in Rom den Kaisertitel im Westen an und Maximian ernannte sich selbst im Februar 307 erneut zum Augustus. Maximian löste die Konflikte rund um seine Regierung, indem er Severus und Galerius' Truppen für sich vereinnahmte und Konstantius' Sohn Konstantin an seine Seite brachte und mit seiner Tochter Faust da vermählte. Auf der Kaiserkonferenz von Can und um 308 wurde Maximian von Diokletian jedoch wieder zur Abdankung gezwungen und flow, nachdem er sich mit Maxentius überworfen hatte, zu seinem Schwiegersohn Konstantin nach Gallien. 310 erklärte er sich dort erneut zum Kaiser, war aber nicht mehr in der Lage, sich gegen Konstantin zu verteidigen. Er wurde von seinen Soldaten an Konstantin ausgeliefert, der ihn schließlich zum Selbstmord zwang. Er wurde von der Kaisertitel im Westen in der Kaisertitel im Westen in der Kaisertitel im Westen in der Kaisertitel.